Die Königin hat das Ganze übernommen, wie ihr beim letzten Folge mitgekriegt habt. Und die erzählt natürlich ziemlich viel Messgerade. Na gut, Herr Lünscher. Wir befinden uns in 5 Tropolis. Nur so dembei. Tagchen! Lade mich, mich zu erinnern. Ich bin der Lieder des Kultes von drei Händen. Ich habe mein Leben auf die eine Wahrheit, die in drei Körpern leben, die von den eternlichen Händen von drei. Davon habe ich noch nie gehört. Viele haben. Sie sind meistens von denjenigen, die in dieser Faktorin verletzen. In Zeiten lang gelang. Die Hände würden sie beobachtet. Aber jetzt, jetzt bin ich der letzte Follower. Der letzte, der die drei Hände erinnern kann. Sind sie irgendwie mit dem Visionär verwandt? Er ist ein schwebendes Kopfwesen. Die Visionärer ist blind. Er sieht die Welt wie es ist. Während die drei Dark Hände sehen die Welt wie es kann sein. Die drei Hände haben ihre Origins in shadow. Und ihre Interesse liegen außerhalb der Abilität für diejenigen, wie wir uns, zu verstehen. Aber sie sind zurück. Jeder Tag, ihre Kraft wird stärker. Und wenn sie zurückkommen, die Wahrheit wird in ihrer Wälder folgen. Ich muss los. Geh, Wanderer. Spend what little time you have left on trivialities like The Queen. Bigger things are already coming. I can feel it in my heart. I see it in my dreams. The stars have already gone out, little one. News of their end simply hasn't reached us yet. But it will. And until then, in the light of stars long dead, we wait. Okay. Gut, Psycho, sag ich nur. Ah, guck mal. Jetzt machen wir uns da bisschen Kohle. Und dann, sehe ich gerade, müssen wir wahrscheinlich da gut treffen. Da hinten kann ich ihn treffen, wenn er da längst dreht. Ich kann es mal probieren. Okay, ist auch nicht so leicht. Ach so, die müssen wahrscheinlich zu Kronen laufen. Kann das sein? Dass er da durchkommt. Pass auf. So also. Das ist ja nicht ganz so schwer. Ich dachte, ich müsste die irgendwie alle gleichzeitig zum Stillstand bekommen. Muss ich aber gar nicht. Kann man so direkt durchlaufen, okay. Das ist natürlich nicht so schwer. Wer ist das? Bernie, bist du das? Steven! Ich habe das weirste Ding, das lässt mich mit Voices sprechen. Ich nenne es ein Talkie Walkie. Ich habe viele Leute durch das gehört. Und jetzt kann ich dich hören. Wo bist du, Bern? Ähm, es gibt viele Twins. Und die Leute sind glücklich und dann glücklich und dann glücklich und dann glücklich und dann wieder glücklich. Also, ich werde gehen auf einen Weg und sagen, Two-Town. Ich kann sehen, warum ihr wollt ihr diesen Ort besuchen. Es ist großartig. Wirklich? Du und deine Dice, ja. Du siehst herrisch. Und oh, 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 oh. Und alle können ihre Persönlichkeiten flippen, wenn sie es wollen. Es ist verrückt. Es ist ein bisschen schrecklich. Aber es ist auch gut. Oh, und die Upside-Down? Die Upside-Down ist jetzt ein Freizeitpark. Ein Freizeitpark? Ich denke, ja. Anyway, guess what? Ich habe decided, zu gehen auf eine Abenteuerung. Wie du! Bernie, das ist eine fürchterliche Idee. Horribly amazing, du meinst? Ja, es ist. Nur, äh, ich bin ein bisschen verloren. Kannst du mir helfen? Klar. Wo ist dort? Onecraft, Home. Ich bin sogar nach Hause. Es ist eine Sicherheit. Leid mich zum Abenteuerung, wie du. Lass dich selbst, okay? Okay, also, es ist so schrecklich. Ich fühle mich, ich bin wahrscheinlich, dass ich von etwas essen werde. Es gibt zwei Städte hier. Leicht und rechts. Auf der links ist, äh, ich will sagen, growling. Und auf der links ist, ich denke, dass es Sonne gibt. Welcher Weg gehe ich? Äh, nach rechts im Sonnenschein. Aber, boah, ich weiß nicht. Cool, great. Okay, ich gehe und kann es ein bisschen besser hier sehen. Es gibt zwei Städte. Vorwärts und rechts. Vorwärts gibt es ein Klänkung. Und auf der rechts gibt es ein wunderschönes Silenz. Welcher Weg? Geh mal gerade aus. Okay, das ist Spaß. Es ist Spaß, Eben. Wir gehen auf eine Abenteuerung zusammen. Oh, es gibt ein Robot-Werkshop-Thinge hier. Die Roboter sehen wirklich schrecklich, aber sie sehen auch, wie sie noch nicht aufgerufen werden. Oh, ich könnte meine Kandys in ihre Exhaustpipen setzen, sie in ihre Oren oder vielleicht sollte ich sie einfach bleiben lassen. Oh, lass sie mir lieber in Ruhe. Du hast es, Eben. Okay, ich passe sie. Schön und kalt. Aber, Eben, Eben, sie wagen sich. Es ist, wie sie mich riechen können. Oder was. Oh, ah, sie kommen nach mir. Ah, ich bin zurück zum Start. Call me soon, Eben. Ah! Okay. So können wir ihn hier irgendwo wahrscheinlich irgendwie da rausbringen oder so. Versuchen wir es nochmal. Hello? Eben? Versuchen wir es nochmal. So, warte, wir gehen erst zum Sonnenschein. Cool. Great. Okay. Wir gehen zum Scheppern. Okay. Oh, I could put my candy in their Exhaustpipen. Äh, sabotier die Roboter. Okay. The candy is definitely gumming them up. And, oh, they're staying down as I walk by. Perfect. Okay. Now I'm in another clearing. I can go forwards or backwards. Okay. I'm doing it. I'm... And then we'll... No way. I can't stop my adventure now. Can you try finding another talkie-Thingie? Then you can help me more. Oh. Then you should go find one fast, huh? Okay. Bye, Eben. Okay, wir müssen noch so'n Ding finden. Das kriegen wir hin. They wouldn't. He was going to die. And they were going to die. And it was going to be much sooner than any of them expected. This is what happens, boys and girls, when you strike against your battles. You suffer. Die sind ganz cool, die Kühe. Die muss man einfach mal sagen. So. Hier sind wir rein. So, ich will die Karten gleich nochmal angucken. Ach, guck mal. Hier sind wir letztes Mal vorbeigeschwebt. Bye-bye. 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 Okay, warte mal. Ich stelle mal den hier hin. Nein. Bleiben wir da stehen? Ich will auf hier rüber. Schaut mal nicht. Wie sollen wir das denn schaffen? Wie sollen wir das so möglich machen? Komm, Dicey! Ja, das ist doch fast unmöglich. Ich weiß aber nicht, ob ich was machen soll. Das war das andere. Was? Dicey! 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 Over there! Go on, Dicey! Was klappt, was klappt, was klappt, was klappt, was klappt, sie kommen hierher, so bleibt man da stehen, ne, ne, sollst da stehen bleiben. Dicey, oben da stehen! Dicey! Jetzt machte er noch die Leute in den Weg, das ist so warm. Das ist so warm, das ist so warm. Okay, das kriegen wir hin. So, das ist ganz einfach, aber irgendwie muss es klappen, ne? Gibt's denn hier? Oh nein, nur ne Falle. Der Kleber. Okay, wir müssen helfen, damit er unsere Karte kleben kann. Oh, ich hätte ihn draußen lassen sollen. Naja. Oh. 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 Okay. Den haben wir gerne behalten eigentlich, aber das wird so nicht funktionieren glaube ich. Ich brauche ein bisschen schießen. Ich brauche ein bisschen schießen. Wir müssen ihn einfach umrunden. Der Plattner? Genau. Schaut er noch was auf? Ne. Da reinschießen. Oh. Oh, ich hab mich getroffen. Der Sack. Okay, jetzt müssen wir ihn werfen. Es wird geworben und es wird unser Leben geschenkt, hoffe ich. Wurde lange, da steht die Hände, ne? So. Da wollen wir ihn mal zum Schlagen nochmal. So, dann wollen wir mal. So, weg ist der Heini. Perfekt. So, jetzt können wir zum Klebermeister. So, jetzt gehen wir mal hoch. Bin gespannt, ob der unserer Karte zu entzufrieden ist. So. Äh, Dice, die darf ich vorstellen? Der Leber. Verstanden. Verstanden. Schau. Ich bin schon lange allein. Oh. Du kommst weiter, als jeder, der vorhin kam. Der Visionär und die Malerin schicken mich. Oh. Oh. Dann haben sie die Manufaktur einer Karte geworden. Für dich. Schau mich runter. Sie haben. Oh. Der sieht voll cool aus, der Typ. Das wird meine Traumkarte, was auch immer das ist. So. 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 Letzte Chance heißt, dass du stirbst. So. So. Please, Lamb, don't ruin this for me. There's been precious little drama in my life of late. I need this. You'd be surprised how boring it is in a cell. Why? I'd be bored to death. If I didn't have this glue secrete from my face to entertain me. Okay. So eklig. Oh. Better not stick around, Lamb. The Alchemist does not like to wait. Der Alchemist, okay. Ich bin jetzt hiermit. Was erstmal hier misseiern. Wo immer der ruht. Levercy, diese Babys haben jetzt eben nur das, äh, der blagg. Von Ooman. Boa. Hallo da, Out of Towner. Äh, Du weißt, dass ich keine Fümlerin bin? Ich weiß, dass jeden, der rund um diese Teil hat. Ich hab so sechs Cent gefordert. Mein Name ist Benjamin Piper und ich bin Pipecrawler. Das bedeutet, dass ich alle diese Pipe clean halte. Das ist, weil sie überall sind. Und sie tragen alles. Well, zumindest haben sie es. Nach dem Tag haben sie alle sorts of mysteriöse Dinge. Wunderschönes Sand. Wasser. Wunderschönes Sand. Wunderschönes Sand. Und es gibt viel mehr Pipecrawler hier als irgendwo in Allerrandom. Sie laufen sehr tief, weit unter den Grunden von allen der sechs Stadt. Niemand kann sicher sagen, wer sie gebaut, oder wie weit sie gehen. Aber inzwischen... Inzwischen, diese Babys haben nur diese... Ja. Diese Black Ghoul kommt von... Oh man knows where. Es ist der Wille der drei Headmasters, ich sage dir. Warum sollte die Königin schwarze Schmiere wollen? Wunderschönes Sand. Wunderschönes Sand. Das Böse muss aufgehalten werden. Kannst du sie sabotieren? Die Rohre meine ich. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich versuchte das in den ersten Zeiten der Königin. Aber ich habe es verloren. Ich habe es verloren. Du kannst nicht die Flöhe. Die Gou es nur schwarzen, wie schnell du es machst. Es ist nicht. Also, ich versuchte sie wie ich immer habe. In der Hoffnung, dass ein Tag die Goune Black Ghoul stopt. Und etwas mehr wertvolles dieser... Wunderschönes Publikuminfrastruktur fließt inside. Well, anyway. I should get back to inspecting this Papier. Thanks for the chat, friend. Okay. Hat uns jetzt nicht so viel weitergebracht, aber es ist nett zu wissen. Es ist irgendwie fr drained. BemAAKELIT. Und Hey! Die Karte-Makerer haben uns ein hohes Versuch gegeben. Und die vollen Sistrian-Effels, voll von Sound und Feuillen, und von nichts zu tun. Ich will leider auch kein Turboclatter machen. Geht ja leider nicht. Was? Spring, spring! Jetzt kann man schnell hochhoppen da. Wie so ein Wolf. Hm, die Könige. So ein Typ. Also ich glaube, wir haben halt alle Karten hier. Es gibt glaube ich. Hm. Wieder eine kleine Stadt hier. Im Musiker-Viertel sind wir. Gut. Also bevor wir den Mystiker aufsuchen, würde ich sagen, gehen wir erstmal raus in die frische Luft und machen das Ganze beim nächsten Mal. Denn es sind schon wieder ein paar Minütchen vergangen und wir wollen ja auch nicht zu lang ziehen hier die Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir die nächsten zwei noch finden. Den Mystiker und keine Ahnung, was da noch in allem Alchemie-Meister. Ich habe keine Ahnung. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020